ok wenn das spielen durch bugs erschwert wird so jetzt hast du mich richtig erwischt ja sieht so aus ach so der schwebt so rum ok dann würde ich sagen jetzt ok das ist gerade so geklappt und ich würde sagen da muss ich hin und auf den zahlen scheißig so ok was ist baby wieder oder was ja ja komm so gut hallo legst du mal die waffe ab alles bitte aha so da hinten rüber so wie ich gekommen bin oder wie verstehe ich das jetzt weil da ist ein zähnchen ja ich wüsste nicht wie ich da hinten weiter komme aber ich denke mal so die zahlen nicht getroffen das ist ja geil von da nach da von da keine ahnung wohin oder habe ich jetzt unsichtbare platten ich werde hier durch müssen ich werde dadurch müssen oder habe ich jetzt unsichtbare plattformen nicht gesehen ach da hinten ist ein biestbaby what aha das ist also das biestige an den viechern die können verdammt gut ausweichen nur dem anscheinend nicht ok dem auch so es hat tot hallo alles bitte so ey was hat die denn jetzt wieder im visier da rüber das ist wieder so schwer abzuschätzen ok das biestbaby ist aber noch weg alter ähm hopp da wow ich dachte schon ich fall durch ach danach kann man den weiteren sprung nicht mehr machen ok das ist also dann auch die falsche wahl alter wie soll das gehen ich meine die frage habe ich mich schon öfter gestellt und es war dann irgendwann ganz einfach ähm nein so nicht vielleicht sollte ich ok ich glaube ich weiß es ich glaube ich weiß es ja so einfach kann es gehen so was bist du also ein muffin und alk endlich mal wieder alk oh das ist auch geil ich habe ein fenster auf ähm das ist bestimmt geil wenn ich hier sage endlich mal wieder alk ähm wohin jetzt dem schalter war ich schon an dem zähnchen bin ich vorbei da links rüber da links rüber da rüber wahrscheinlich oder ja und ich höre ein schwein wo höre ich es denn irgendwo da wahrscheinlich das ist ne eher hier in der ecke ach da ach ach ok was hier alles aufging jetzt war phänomenal ich habe aber noch was gesehen da eine erinnerung das war der falsche knopf für jeden zweck gibt es ein werkzeug sogar der unscheinbare trichter hat seine aufgabe wie soll sonst der djinn aus dem fass in die flasche kommen hier jetzt ach so da kann ich noch runterlaufen ok da ist ein bonusraum da ist ein bonusraum wir laufen auf dem bonusraum zu und da ist aber moment vorher einen trinken so und zack dann nehmen wir alles vorher mit weil die chance dass es wieder da ist ist ja hoch meine anwender steht gut dann machen wir mal den bonusraum yay der ihn kauft braucht ihn nicht der ihn braucht merkt es nicht was ist es der ihn kauft braucht ihn nicht der ihn braucht merkt es nicht zuckerversicherung krawatte sag sag exzellent was das war es ok soll mir recht sein soll mir recht sein dass das so einfach war ähm ok hm 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 das ist nicht wo habe ich denn gesagt dass es weiter geht schade schade die sachen sind nicht wieder da ähm da kommen wir her boah wo ging es denn weiter 8 da waren wir da hinten ist auch 8 ok aber bei 8 waren wir das weiß ich äh also gehen wir mal hier lang weiter irgendwie hier kommen wir doch jetzt her ne ja klar hier kommen wir doch jetzt her wo müssen wir denn jetzt hin äh da war doch jetzt noch irgendwas aufgegangen war das das hier ach moment ich habe doch eben noch ja ich war noch irgendwo unsichtbare plattformen wo war denn das nicht nicht ja da können wir nicht wieder hoch da kommen wir her ähm 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 hier geht nicht weiter hatte ich nicht irgendwo doch unsichtbare plattformen gesehen würde ich auch geil an habe ich nicht unsichtbare plattformen gesehen ähm ja ne hier war es da 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 zähnchen putt 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 danke so das könnte lustig werden darüber uns ist drei das da ist zwei wieso das da ist zwei ernsthaft ach so ich bin wieder hier okay ich habe irgendwas falsch gemacht ne ich habe nichts falsch gemacht alter nicht doch so das ist drei das da ist eins das ist auch drei ach so das sind ebenen eins das war nicht ja da ist noch eine eins okay das war nicht die durchnummerierung wie man sie springen soll das erklärt ein bisschen was okay also den da nicht sondern den nächsten den da wie ich allerdings von dem jetzt auf den da drüber komme weiß ich nicht ich könnte eventuell aber darüber ja nicht nur eventuell ach das kann ich steuern ja 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 hallo würdest du mal so was bist du okay ihr seid einfach nur clicker okay dann heute durch das war jetzt ein bisschen was kann ich nicht ich kann das machen ach so ich werde wieder los geschossen aha okay was hat x halten um aufzuladen loslassen zum feuer ach so ach so aha blut ähm ja halt etwas seltsam da muss man jetzt erstmal mit rechnen bist du total überrascht dass sowas kommt so so okay es geht noch so weiter okay 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 nicht da runterfall gut hat man eine chance bekommt diese steuerung rauszukriegen danke für den lack wow 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 danke kamera ich weiß doch gar nicht wo ich hin muss kann ich die kamera drehen ach ja ich hätte die kamera drehen können okay ich hätte es sogar gemusst was okay jetzt what aber in die richtung what 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 okay nein so hier kann ich die kamera wieder nicht mehr drehen so so ähm hallo okay okay was 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 das jetzt wo muss ich denn hin ah achso da muss ich hin ich war jetzt gar nicht so ich war mich noch am suchen und am gucken wo ich hin soll kann man das schaffen da das zähnchen zu bekommen wahrscheinlich ja ja man kann es schaffen die zähnchen alle zu bekommen nein so jetzt ne so nicht aber okay ich komme vor wie auf dem mini gold platz aha okay das war's